So Freunde, wir sind hier im Wald. Ja, bisschen schlechte Beleuchtung jetzt gerade hier, aber es ist hier ganz schön schneeig, wie man sieht. Es hat richtig geschneit und hier der ganze Wald ist voller Schnee. Hier sind Spuren im Schnee, natürlich unsere, weil wir hier zweimal im Kreis gelaufen sind. Bis wir den Platz wieder gefunden haben, wo unser Tisch und unser Stuhl ist. Da ist unser Zeug jetzt aufgebaut. Wir werden jetzt gleich noch mal ein paar Fragen an Rebecca stellen. Wir haben noch ein paar Fragen von jemandem bekommen und die wollen wir einfach mal jetzt auch ansprechen. Wir haben eigene Fragen im Gepäck und wie und was, das seht ihr demnächst hier auf YouTube. Bis dahin. Genau, bis dann.